Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sieht man hier ein Unboxing vom ES500 von Okai. Den habe ich mir selbst gekauft und die gibt es gerade massig für 300€ in etwa zu kaufen. Sei es als CityBlitz Version, zum Beispiel gibt es den auch als Grover Go. Und den kann man sich dann zum Beispiel einfach bei Grover für mehrere Jahre oder gleich mehrere Monate mieten. Zum Beispiel gibt es den da zur Zeit für ich glaube 17€ oder so pro Monat. Und da kommt man dann auf ein Jahr, ich glaube auf etwa 200€. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass man eigentlich einen vollwertigen Scooter bekommt mit Kennzeichen und alles drum und dran. Darum geht es heute aber nicht, sondern um das Unboxing vom Originalmodell würde ich jetzt mal behaupten. Also den normalen Okai IS500. An der Seite von der Box kann man gleich so ein paar kleine Spezifikationen sehen. Die ersten beiden sind für einen eigentlich nicht wichtig, das dritte auch nicht. Aber hier halt das Gewicht und zwar wiegt der Scooter tatsächlich 22kg. Oben hat man standardmäßig den Okai Schriftzug und hier hat man einfach nur eine Darstellung vom Scooter. Auf dieser Seite gibt es auch nichts Wichtiges zu sehen, außer dass man sich halt die Bedienungsanleitung durchlesen soll. Aber das ist für uns eigentlich nicht wichtig. Das Design von der Box ist tatsächlich etwas anders, als man es standardmäßig erwarten würde. Denn die Box kann man so öffnen, indem man ganz einfach erstmal hier das Plastikding hier durchschneidet. Und am Ende einfach nur die Seite einmal so aufklappt. Und dann liegt hier schon der Scooter noch nicht zusammengebaut drin. Das tue ich jetzt, indem ich erstmal halt diesen Streifen hier durchschneide. Nachdem ich den Streifen entfernt habe, sieht man hier schon, dass es hier langsam aufgeht. Und das kann ich jetzt einfach weiter ausführen, indem ich einmal dran ziehe und einmal das Ganze hier so aufklappen. War jetzt ein bisschen laut, aber das ist jetzt nicht schlimm. Dann sieht man hier erstmal den Scooter selber. Hier ist die Bedienungsanleitung. Und da drin liegt auch tatsächlich direkt die ABE, die halt in diesem Heft halt mit drin ist. Und die beträgt von der Größe her etwa ein DIN A5 Blatt. Deshalb man sich jetzt nicht wundern soll, wieso da keine ABE dabei ist oder so. Sondern die ist da einfach nur drin und ist halt nur etwas kleiner als normalerweise. Als nächstes kann man hier einfach diese Styropor-Teile hier rausnehmen. Die sind ein bisschen fester drin, muss man also ein bisschen dran ziehen. So, da hat man es schon. Draußen, da kennt man auch schon den Scooter in etwa. Dann muss ich das hier auf dieser Seite natürlich auch nochmal wiederholen. Da der Lenker auf dieser oberen Styropor-Schicht liegt, sollte man den Lenker lieber erstmal ein bisschen zur Seite schieben. Und das tue ich jetzt auch. Dann nimmt man ihn hier einfach so, man muss ihn hier erstmal rausholen. Kommt ein bisschen mit der Styropor-Schicht, dann packe ich ihn hier hin. So, dass er dann etwas entfernt liegt. So, das sollte auch so passen. Da sollte auch eigentlich erstmal nichts passieren, da die Kabel auch nochmal extra geschützt sind. Dann kann ich halt dieses Styropor-Ding einmal rausnehmen. So. Und da sieht man auch schon das Rückblech des Scooters. Und hier unten in dieser Kartonbox befindet sich noch das Ladegerät. Hier kann ich dann das Ladegerät rausnehmen. So, das ist dann in dieser Box drin. Sollte 42 Volt und 2 Ampere haben. Und hier unten sieht man auch die Tools, die man dann benötigt, um den Scooter zusammenzubauen. Das sind dann so zwei Imbusschlüssel und eine Schraube. So sieht dann das Ganze aus. Da ist dann noch der Scooter an sich drin. Und den kann man dann rausholen, indem man den mit einer Hand hier am Lenker packt und mit der anderen Hand einmal unter den Scooter geht. Und den dann gleichzeitig so hoch zieht. Problematisch könnte halt sein, dass da halt genauso Kabel rausragen, die sich mit dem Lenker und dem unteren Teil vom Scooter verbinden. Und man sollte nicht zu stark dran ziehen, denn sonst könnten die Kabel natürlich kaputt gehen. Und das will man ja nicht. Den gesamten Scooter hole ich jetzt so raus, indem ich den hier unten anpacke. Und hier oben. Und da zieht man hier etwas ganz leicht. Man muss immer aufpassen, dass hier oben die Kabel da halt nicht rausgehen. Und dann stelle ich den halt so ein bisschen auf. Ich versuche den halt in der Box zu behalten. Da wie gesagt, der Roller ist etwas schwer. Und da würde ich halt nicht empfehlen, den direkt außerhalb der Box zu platzieren. So, hier hat man ihn. Und hier hat man auch den Lenker gleich. Und dann hat man den erstmal hier so platziert. An der Seite, dass er so aufrecht steht. Und danach kann man den Lenker einfach dran schrauben. Ich entferne hier jetzt auch nochmal die unnötige Folie. Das tut man erstmal, indem man halt diese Klebeschreifel hier aufmacht. Vielleicht braucht man auch keine Schere. Aber ich habe mir jetzt auch noch eine Schere genommen. Die machen wir dann so auf. Kann man ganz leicht dran ziehen. Das ist okay. Geht man das, wie gesagt, so ein bisschen auf. Kann man hier unten nochmal schauen. Die ist auch noch zugeklebt. Kann man da auch noch dran ziehen. So. Hast man die Verpackung hier schon mal so ein bisschen geöffnet. Und dann sieht man hier noch leichte Löcher drin. Kann ich mal gucken, von welcher Seite. Ich vermute mal, ich kann die von hier oben nach hinten ziehen. Könnte ich jetzt mal überprüfen. Wenn ich jetzt das so ein bisschen kaputt mache. Ja genau. Dann kann ich die von da einfach so runternehmen. Man sieht hier den Scooter schon mal. Und dann kann ich die halt ein bisschen nach hinten hier einmal wegziehen. Also muss den Scooter aber erst mal genommen haben. Die ganze Folie hier auch nach hinten beziehen. So. Jetzt habe ich den Lenker schon mal ausgepackt. Wie man sieht, hat der hier unten noch so einen Schutz. Aber den Schutz kann man da erstmal dran lassen. Und da hat man erstmal den Lenker ausgepackt. Man sieht hier drum ist so eine Art Plastikring. Und den muss man erstmal abschrauben. Um dann halt den Lenker ran schrauben zu können. Das kann ich jetzt einfach aufschrauben. Mit dem ich hier den Imbusschlüssel nehme. Und den da rein kriege erstmal. So genau. Und dann mache ich das einfach so auf. Drehe ich in die Richtung. Das geht eigentlich recht einfach. Muss man halt die Schraube nur abkriegen. Jetzt ist die Lose. Dann kriegt man hier auch dieses Plastik ab. Das braucht man nicht mehr. Das kann man einfach in der Verpackung lassen. Diese Schraube haben wir tatsächlich zweimal mitgeliefert bekommen. Falls die Kamera mal fokussiert. Das bedeutet, die kann man tatsächlich auch hier lassen. Aber man kann die halt natürlich auch wieder benutzen. Das ist jedem selbst überlassen. Als nächstes holt man sich den dickeren Imbusschlüssel. Denn den wird man gleich brauchen, um da die Schrauben ran zu schrauben. Und man packt den Lenker ein bisschen an. Hebt ihn hoch und steckt ihn da drauf. Das zeige ich euch jetzt. So ihr nehmt den Lenker dann. Müsst gucken, dass dieses Loch und das Loch genau auf dieselbe Position kommt. Dann könnt ihr einfach die Kabel so versuchen, da so ein bisschen reinzustecken. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache der Lenker passt da drauf. Dann nimmt man und schiebt ihn drauf. So. Jetzt habe ich das tatsächlich schon getan. Und Hauptsache das Loch ist genau gleich mit dem Loch drinnen. Denn da schrauben wir jetzt erstmal die kleinere Schraube rein. Wie man hier erkennt, habe ich die Schraube tatsächlich gar nicht so schlecht getroffen. Also der Imbusschlüssel passt da so rein. Das bedeutet, das liegt schon mal richtig an. Dann nimmt man die andere Schraube aus der Tüte, die mitgeliefert wurde. Und fängt sie an dort reinzustecken. So. Dann probiert man, ob man die mit der Hand reinschrauben kann. So, das geht jetzt nicht. Deshalb komme ich jetzt einfach mal mit dem Imbusschlüssel an. Versuche es mal zu treffen. So. Und jetzt fange ich mal an, die weiter reinzudrehen. Das funktioniert, wie man sieht. Damit ihr es auch erkennt, mache ich es mal so. So. Das funktioniert ganz gut. Kann man immer weiter rein drehen. Man muss die auch rein drehen, bis es ganz fest ist. So. Das bedeutet, auch wenn es ein bisschen anstrengender wird, die weiter reinzuschieben, muss man die dennoch komplett rein drehen. Das kann man verändern, indem man vielleicht den Scooter ein bisschen bewegt. So. Aber das sollte eigentlich so funktionieren. Und wenn die Schraube fest ist, dann könnt ihr zu den hinteren Schrauben weitergehen, die jetzt hier sind. So. Als nächstes nehme ich jetzt einfach mal einen Akkuschrauber, um die Schrauben hier an der Seite festzumachen. Auf der anderen Seite ist dann auch nochmal genau so eine Schraube. Und da steckt man den einfach rein, lässt den festdrehen. So. Jetzt ist es fest. Wie man sieht, merkt man auch, wenn man die jetzt selber per Hand zuschrauben würde, würde man es natürlich merken, wenn der Widerstand zu groß ist, sodass man es nicht weiterschrauben kann, ist die Schraube natürlich fest. Dasselbe ist dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. Und zwar hier. Und die verbinde ich jetzt einfach so, indem ich das ebenfalls zuschraube. So. Und jetzt ist das fertig. So. Jetzt muss man nur noch den Roller rausnehmen. Das kann man natürlich am besten tun, wenn man den hier vorne irgendwo am Lenker packt. Oder hier irgendwo. Und hier hinten nochmal mit der Hand am Schutzblech. Und das tue ich jetzt. Dann wird man den so an. Setzt den dann auf den Boden ab. Da steht jetzt das schicke Teil hier unten. Und man kann die Folie einfach entfernen, indem man hier unten einmal diesen streifen Klebeband einmal entfernt. Das kann man jetzt einfach so tun. So. Und dann fährt man den Scooter, beziehungsweise rollt den Scooter einfach nach vorne. Und jetzt ist der schon auf seiner Verpackung raus und ist halt so, wie er sein sollte. Jetzt haben wir hier den Roller, hier das Display. Das ist noch in so einer Luftpolsterfolie bedeckt. Das kann man jetzt einfach abmachen. Hat man es hier. Ich versuche es mal anzumachen. Vermutlich wird es nicht angehen, da der Akku höchstwahrscheinlich entladen sein wird. Aber, ja, wie man sieht, passiert da nichts. Kann ja mal die Folie abmachen. Aber da passiert natürlich nichts, da der Akku höchstwahrscheinlich nach dieser Lagerzeit komplett entladen ist. Und deswegen muss ich den gleich erstmal in die Steckdose packen. Ansonsten hat man hier die Bremse, den Grasgriff, das kennt man schon. Den Scooter natürlich selber einmal. Da unten befindet sich auch der Ladeanschluss. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Und insofern ist der Scooter eigentlich schon ausgepackt. Und man kann mehr oder weniger loslegen. So sieht dann die ganze Geschichte ausgepackt aus. Hier oben das Display. Wie man sieht, hier links ist die Bremse. Die Klingel, die kennt man auch von den Tierverleih-Scootern, auch vom Okei Neon. Das ist halt genau dasselbe Modell. Dann haben wir hier den Gashebel, der ist bekannt von den Tierverleih-Scootern. Bisschen schade, dass hier so ein Ding runterhängt, aber kann man wahrscheinlich nicht vermeiden. Hier ist es genauso, nochmal für die Bremse. Denn das Bremssystem ist vorne elektromagnetisch und hinten eine Trommelbremse. Dann haben wir natürlich den unteren Part des Scooters. Der sieht dann so aus. Da haben wir halt Reflektoren dran, vorne Motor, hinten einfach Rad. Das sind alles Handicum-Reifen. Das bedeutet, dass die halt keine Luft drin haben, sondern die sind halt mehr oder weniger aus Hartgummi mit so Luftkammern eingeschlossen. Und die können dadurch halt keine Luft verlieren, beziehungsweise die muss man halt nie wieder wirklich auswechseln. Jetzt kann man mal einmal so um den Scooter herumgehen. Da sehen wir hier hinten nochmal das Rücklicht mit drei LEDs tatsächlich verbaut. Und dem Kennzeichenhalter und dann von der Seite auch nochmal haben wir hier auch was Interessantes und zwar den Doppelständer. Denn das ist ein ähnliches Modell, ebenfalls bei den Lightscootern. Denn da kippt man den Ständer einfach so nach unten auf und dann steht der Roller recht sicher und dann kann man den auch nicht wirklich umkippen. Das Netzteil dabei ist aber genau dasselbe wie beim OKI Neon und da gibt es eigentlich keine Unterschiede. 42 Volt und 2 Ampere. Wie bereits erwähnt, befindet sich die ABE, beziehungsweise das Datenbestätigungsblatt in dieser Anleitung, beziehungsweise halt da drinnen in der Mitte ungefähr liegt es, als loses Blatt und hat ein Format von A5, also halt wie die Anleitung selber. Damit geht man dann zur Versicherung und holt sich das Kennzeichen. So, ich denke jetzt sollte der Scooter aber auch ein bisschen geladen sein, sodass man auch mal das Display anschalten kann. Und das tue ich jetzt einfach, indem ich den Knopf hier drücke. Ja, da erkennt man schon, Modus wird hier angezeigt mit H, also High, hoch, oben Licht. Wenn ich einmal drücke, das ist Licht aus und so ist es natürlich wieder an. Hat man hier die kmh Anzahl und den Ladestand vom Scooter. Und dann kann man hier die nötigen Sachen ablesen. Außerdem befindet sich hier vorne tatsächlich noch so ein Federbein. Mal gucken, wie gut das hier ist. Das muss ich aber nochmal im Test herausfinden, wenn ich das Ding mal probefahre. Wichtig wäre es hierbei noch, wenn man den Roller so zusammengeklappt hat, dass man hier diesen Kabelbinder öffnet, der hier ist. Damit man dieses Kabel da weiter reinstopfen kann, wo es reingehört. Das Kabel ist jetzt offen und dann nimmt man einfach diese Gummidichtung und kann sie hier oben so ein wenig reindrücken. Und dann bleibt die da auch und das ist auch der Platz, wo sie reingehört. Und jetzt ist man mit dem ganzen Prozedere fertig. Den Kabelbinder muss man höchstwahrscheinlich nicht trennen. Aber ich dachte, es wäre schlauer, denn wenn man jetzt so eine Kurve macht, ist das eine Kabel ja auf der einen Seite und das andere eigentlich auf der anderen. Und hierbei wird es aber trotzdem auf die andere Seite ein bisschen gezogen. Und deswegen dachte ich, könnte das irgendwie Probleme auf lange Zeit verursachen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts weiteres zu tun. Und wenn man den Scooter zusammengebaut hat, ist das eigentlich auch schon fertig. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.